ja hallo und herzlich willkommen zur pay-per-view preview von der survivor series 2018 der findet ihr am 18.11.2018 in la in los angeles california im staples center statt was er jahrelang so ziemlich immer der summerstem stattfand diesmal die survivor series und an meiner seite ist wie immer der mischer guten tag ja die survivor series findet ja am 18.11.2018 im staples center in la stadt und ja heute abend findet ja unter anderem auch nxt takeover wargames 2 stadt freust du dich denn da drauf auf jeden fall ja ja ich auch also das ist wird ziemlich geil vier matches auf der kart und ich freue mich auf jedes match so ziemlich kann gut werden ja ich habe nebenbei so ein bisschen die letzten wochen mit einem auge nxt verfolgt ja berichte ein bisschen gelesen ab und zu mal so ein youtube clip angeguckt sieht auch recht ordentlich aus madrid ist ja debütiert der sollte ja eigentlich erst match auf der kart haben wird aber davor quasi stattfinden vor takeover und wird dann für die nächste tv ausgabe getaped gegen cashes ono was auch mega geil werden sollte und es ist mal eigentlich unüblich für ein takeover dass nur vier matches auf der kart sind aber das wird ja gleichzeitig auch bedeuten dass die matches relativ lange werden ich meinte ich glaube wargames im letzten jahr ging ja mal locker 30 35 minuten dann tour of three falls hast du halt auf der karte mit baszler gegen carrie zane was eine weile gehen wird mal minimum 15 minuten black gegen gargano wird minimum 15 minuten gehen und chamba gegen dream auch von daher jetzt nur eine vier match card aber sollte trotzdem wieder alles ziemlich ziemlich gut werden auf jeden fall sind so ziemlich die vier besten matches kann man fast sagen die man aufgestellt hat guten aufbau wenn ich jetzt nichts die nicht aktiv verfolgt habe aber so war es jetzt zum beispiel bezüglich den promo clips gesehen hat freut mich auf jedes match bin auf jedes match gehypt und ja kann gut werden auf jeden fall ja was auch noch geschrieben wurde das wurde in der letzten podcast ausgabe geschrieben von marim belarabi und zwar mich würde interessieren ob ihr nxt uk verfolgt und was eure meinung dazu ist wäre cool wenn ihr dies im nächsten podcast kurz aufgreifen könntet ja machen wir mal wie ist denn deine meinung zu nxt uk ja also es ist ja so er hat schon bleibt vielleicht die welt erobern mit nxt dieser wurden ja jetzt auch tryouts schon in deutschland gehalten letzte woche bei der live tour übrigens alter diese kart von der live tour ich bin so froh dass ich nicht nach frankfurt gefahren bin um mir diese scheiße zu geben das ist glaube ich die schlechteste hausschau card die ich jemals in meinem ganzen leben gesehen habe ich suche die gerade raus die ist so scheiße gewesen ich muss jetzt hier kurz abschwenken weil das fällt mir jetzt gerade wieder ein ja war die show ich sag mal ich lese mir den kommentar mal vor worum es geht und zwar hat der mike dominik geschrieben hallo mich schon die pointe komme gerade aus frankfurt von wwe live und mit dem rage modus kein smackdown sondern raw erster negativer punkt als ich dann noch mal hal mojo und nikki bella genießen durfte war ich kurz davor aus der halle zu rennen und mich mit einer swantern bomb von der nächsten brücke zu stürzen ich hoffe mal das hast du nicht getan aber so wie du nach dem kommentar geschrieben habe lebst du noch dann hat mich ja geschrieben bin halt nicht hin habe spaßeshalber den bericht durchgelesen absolut freut mich hat diese show nur shit die menschen ist jede woche bei raw und dazu ein haufen unwichtiger jobber grausam ja achtung jetzt die card ja film bella gegen bobby lashley ok ist nicht absolut scheiße gibt es aber jede woche bei raw ok ja bailey sasha banks amber moon tamina also gegen tamina und riot squad ok ist nicht scheiße kann man machen aop gegen chad gable und bobby root geht klar ist auch ok nikki bella gegen netaria ok ja ok sef rollins besiegt die nambrose durch die q ok b team no hey jose und tyler breeze besiegen die ascension kurt hawkins und mojo rawley btf nach dem match verkündet kurt hawkins dass er vor zwei jahren seinen letzten sieg eingefahren hat macht eine open challenge und verliert dann in zehn sekunden gegen sack rider toll macht dasselbe dann nochmal und verliert in zehn sekunden gegen tides o'neill ja alias besiegt jinder mahal mhm ist ok irgendwo nein braun stroman besiegt drew magentaire und dorf sickle in einem handicap match nach dem match kommt baron corbin raus und es gibt ein drei gegen eins handicap match no dq und die drei heels gewinnen und dann gibt es noch irgendeine scheiße und dann gibt es im main event braun stroman der baron corbin besiegt ja genau wann findet die stau statt 8 november schönes geschenk also die erste hälfte geht ja ja ich meine rollins gegen ambrose das war halt ein dq finish so klassischer haus show finde ich ja nikki bella gegen natalia brauche ich nicht unbedingt die ersten zwei matche sind halt so ein bisschen haus show aop gegen gable und rude ist so das einzige auf der kart war so ein bisschen okay aussieht aber der rest sack rider kurt hawkins tides o'neill kurt hawkins elias jinder mahal 0,0 star power ja baron corbin war im main event der show also ich hätte mich wahrscheinlich erschossen ja gut dass du es nicht dahin gegangen bist ich hätte glaube ich ein flitzer gemacht nxt uk nxt uk ja also ich habe noch keine einzige folge gesehen davon ich habe auch noch kein einziges match von der weekly nxt show gesehen die interesse ist einfach nicht so da ich finde jetzt ich meine es gibt ganz solide so leute die da rumrennen allen voran natürlichen piet dan oder an teil der bade auch seck gibson oder so die da mit dabei sind die sind natürlich alle in ordnung aber ich habe so schon kaum zeit und lust wrestling zu gucken und da kommt halt jetzt nxt uk noch mit dazu und da habe ich halt einfach keine lust drauf ja jetzt noch ein noch eine was weiß ich fünfte wwe weekly show zu gucken und ja wenn jetzt irgendwann mal geschrieben wird keine ahnung wenn ich sehe viereinhalb sterne match bei nxt uk dann gucke ich mir das vielleicht mal an aber ansonsten ich habe wie gesagt bis jetzt noch nichts gesehen was mir auch zeigt dass es bis jetzt auch noch nichts mega prickelndes wohl gab weil sonst hätte man da ja auch schon mehr von gehört ja so ähnlich geht es mir auch so ein bisschen also zum beispiel ich sag mal ich nenne mal ein beispiel vor zwei jahren hatten wir mal eine phase gehabt in unserem podcast wo wir raw smackdown nxt was haben wir noch gemacht ich glaube noch das cruiserweight classic was wir halt aber in ich glaube vier wochen rhythmus gemacht haben wo wir dann teilweise echt 34 podcast in der folge gemacht habe und da ich schon gemerkt habe dadurch dann irgendwann einfach übersättigt war mit den ganzen shows weil es einfach zu viele waren haben wir dann irgendwann auch zum beispiel auch nxt zurückgefahren und ich habe auch dann auch nxt auch weniger geguckt weil ich auch weiterhin tue also ist jetzt nicht so dass ich nxt da ist eine schlechte show aber ich gucke mir halt wenn es halt wirklich richtig gut ist guckst natürlich an klar aber ich verfolge es jetzt nicht so aktiv ich lese mir meistens die berichte halt durch und dann zu entscheiden ob ich mir wirklich ganz angucke einfach mir die zeit fehlt dadurch dass wir halt wenn es dazu kommt braun smackdown meistens auch reviewen meistens war dann gucke ich mir die show meistens ja auch an zu nxt uk ich denke das ist eine gute show gerade wenn so leute wie peter dann teilhabete dabei sind und noch weitere uk talente da am start sind hört sich wahrscheinlich nicht schlecht an meistens ließ sich das gar nicht so schlecht aber wird auch wahrscheinlich so sein wenn es wirklich ein richtig krasses match war dann guckst mir auch an wo wenn das zb 205 was gutes war guckst mir auch mal an aber dadurch fehlt mir einfach die zeit und es ist einfach zu viel content einfach wenn man überlegt wenn ich jetzt wirklich alles gucken würde wie jetzt raw smackdown nxt 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 uk 205 live das ist wenn ich jetzt mal stundenmäßig aufzelt drei stunden zwei stunden und dann ja sind acht stunden resting die woche und wenn man noch pay-per-views dazu zählen würde wären es ja elf stunden bis zwölf stunden die woche wäre mir persönlich zu viel und nicht mehr auch zu viel fehlt mir auch die zeit deswegen gucke ich mir eigentlich jetzt nicht so an ich gucke halt manchmal youtube clips durch die gucke ich meistens eigentlich an aber ich verfolge es jetzt nicht aktiv so viel zum stand also ist es jetzt nicht so wie ich sagen würde ich denke mal du siehst wahrscheinlich ähnlich dass jetzt nicht scheiß show ist die man nicht gucken muss und ich nicht gucken würde ich habe es nicht gesehen also ich kann es ja beurteilen vielleicht ist es ja eigentlich eine scheiß show die keiner gucken muss aber ich habe es nicht gesehen genau aber ich sag mal ich denke mal das wird ich kann so gut sein aber fehlt halt die zeit genau so viel dazu willst du sonst noch was ansprechen ja ich denke den ganzen kram der so passiert ist jetzt in den letzten tagen bei der wwe den werden wir jetzt wahrscheinlich bei der preview ansprechen genau das werden wir auch tun weil es ist ja einiges passiert kann man sagen ja so einiger series ist ja die einzige show wo raw und smackdown eine head to head competition ist bei mir mit dem ersten match an was nicht wirklich raw versus meckle beziehungsweise die erste frage ist natürlich wie immer freust du dich auf den pp und was sind so deine erwartungen schwierig Tendenz ist zu einem jahr beim freu ich mich auf dem pay per view da ich die letzten zu weil wir sie sich schon immer ganz gut fand die im letzten jahr fand ich ziemlich gut ich mag allgemein immer raw gegen smackdown survivor series kram da war ich schon immer ein fan von und die karte sieht ja auch sehr ordentlich auch aus auch wenn sie jetzt ein bisschen abgeändert wurde aber es war ja nicht so dass jetzt die karte vorher saugeil war und jetzt absolut scheiße ist sondern man hat eigentlich die leute die ausfallen so ziemlich eins zu eins ersetzt dass man sich eigentlich nicht großartig beschweren kann ja und wie gesagt die matches sehen sehr ordentlich aus wird wahrscheinlich wieder eine sehr lange show was dem ganzen wahrscheinlich wieder zum verhängnis wird aber ich denke mal qualitativ sollte das eigentlich recht ordentlich werden Ja Ja also ich würde auch schon sagen ich freue mich schon auf die show der aufbau ja war irgendwie nicht so ganz da kappel ein match was wirklich krass auch gut aufgebaut wurde aber zu dem kommen wir noch Ansonsten von der karte ja ganz gut Robert smackdown ist auch so wo ich auch sage ich mag das eigentlich so wirklich so robert smackdown weil es immer ganz cool war auch wenn man hier vom aufbau nicht viel gesehen hat aber ich sage mal diese head to head competition mag ich einig und passt auch ganz gut zu survival series gerade wenn man die tag team matches immer so gut mit reinpacken kann und nicht so ganz random machen kann wie keine ahnung ich sage jetzt mal was geplant wurde team corbin gegen team angle oder sowas in der art dann macht man so robert smackdown tag team womans und man tag team match das finde ich immer ganz gut gefällt mir auch und ja eine gewisse freude ist da die ausgefallen sind wie du schon gesagt hast die ausgetauscht wurden sind jetzt nicht schwach gewesen also ich sag jetzt mal Jetzt nicht so wie ich sag mal ein block läser wurde jetzt oder in sephrons wurde jetzt ausgetauscht gegen kurt hawkins zum beispiel so war es jetzt zum beispiel nicht aber Ich finde man kann sich darauf freuen und ich denke es kann guter paper werden der ziemlich lang werden kann mal gucken wie es wird Und es kann ein gutes wrestling wochenende werden das kann man auch noch so ungefähr ansprechen Ja zumindest der samstag der samstag auf jeden fall der sonntag gucken wir mal Ja Fangen wir direkt mal an wie schon eigentlich anfangen wollte mit dem ersten match was nicht robert smackdown sein wird aber trotzdem ein match sein kann was richtig gut werden kann und zwar das wwe cruiserweight title match zwischen buddy murphy dem champion gegen mustafa genau das match sollte auf jeden fall sehr gut werden wir hatten ja schon im Juli glaube ich bei 25 live ein absolut großartiges match Damals ein no die q match und ja wurde Dritter juli Genau wurde ganz besonders durch die gezeigten spots Bekannt weil twitter danach voll mit gifs war von irgendwelchen spots wie den für den net phoenix clash wie heißt der hier der dieser munsoll den du mit deinem gegner machst Heißt der denn Egal den haben sie auf jeden fall gezeigt von der barrikade auf dem kommentatorntisch und dann ein dive von buddy murphy nach draußen wo er quasi die ringtreppe so als rampe benutzt hat ähm spanish fly heißt sie übrigens Ja Ähm Spanish fly müsste es sein Genau und also das war einfach ein geiles match und es wird zwar nicht da rankommen denke ich weil erstens die cruiserweights habe ich so das gefühl sind immer beim pay per view ein bisschen eingeschränkter denke ich mal ähm also eingeschränkter definitiv aber ich denke dass es auch so ein bisschen gesagt wird ey langsam machen man weiß natürlich auch nicht wie viel zeit die kriegen also ich könnte mir vorstellen dass das match vielleicht auch nur acht minuten oder so geht ähm und deshalb aber gut werden sollte es trotzdem also buddy murphy ist unglaublich stark mustafa ali ist einer der absoluten breakout stars und von daher sollte das ein gutes match werden und buddy murphy wird höchstwahrscheinlich sein titel verteidigen daher den ja vor kurzem erst vor einem monat oder so geholt hat ja er hat ja vor einem monat seinen großen moment gehabt wo er dann bei super show dann gewonnen hat war auch für mich das match of the night so ziemlich oder habe ich da irgend match vergessen ähm egal ist auf jeden fall jetzt egal auf jeden fall ja gut stylus gegen joe war nicht schlecht aber egal auf jeden fall ähm das match wird denke ich sehr gut sein ich habe das auch bei 205 live gesehen das war richtig stark ob es so stark werden wird das wird man sehen ich kann mir gut vorstellen dass man es möglich hat wäre einfach als opener zu bringen um die crowd noch ein bisschen anzuheizen ähm man kann es auch zwischendurch bringen ähm ich bin mal gespannt aber es soll soweit ich weiß kein kickoff show match sein ähm kann auch sein dass ich es falsch liege ähm aber zu meinen informationen und von daher freue ich mich auf das match kann sehr gut werden und ja ich denke buddy murphy wird verteidigen ja ja und ich hoffe sie kriegen halt genug spotlight aber ich finde 205 live beziehungsweise die cruiser edition ist zwar immer noch nicht so hoch relevant aber ich finde sie machen das ganz gut weil da einfach der andere fokus da liegt was so ein bisschen auch damals an das cruiserweight classic so rankommt ja genau ähm ich würde mal sagen wir gehen mal die tagteams survival series matches durch und zwar gehen wir mal die raw vs. Smackdown survival series tagteam matches ein und zwar mit team raw und zwar mit bobby root und boe dallas jett gable kürtis axel dashweiler grand metal league kalisto connor lindsay dorado und scott dawson also revival zum beispiel unter anderem dabei b team ist dabei ähm ja genau die leute sind dabei gegen team smackdown live mit alexander wolf big e epico colon eric young jay uso jimmy uso carl anerson killian dane kofi kingston luke gallows primo colon exerwus also unter dem new day sanity ähm die colons die usos und the club sind hier am start ja das jährliche wir packen alle tagteams in ein match haben dann 80 leute im ring es gibt eine menge chaos und es ist meistens nicht gut match und genau dasselbe wird es auch dieses jahr sein aber mein sanity wurde jetzt auch wieder irgendwo ausgegraben die waren ja gebürt und wurden nie wieder aufgefunden für acht wochen lang gefühlt new day und usos sind natürlich ganz cool also sind ganz gute bei immer club wurde jetzt hier wieder ausgegraben bei raw ähnliches spiel hier die lucha house party wurde von tour five live hochgeholt da man nicht genug tagteams anscheinend hat beziehungsweise genug tagteams haben sie aber die sind alle kacke wie zum beispiel die ascension und äh ja ist so ein bisschen not gegen elend fast schon ja die raw tagteam division hier sieht man so dass die einfach abgrundtief scheiße ist ja ich meine root und gable sind ganz gut natürlich ist revival noch mit dabei aber ansonsten kannst du es in die tonne kloppen und vor allen dingen machen die wwe halt auch nichts mit revival oder mit gable und root die haben mit der ascension 50 50 booking gemacht was schon alles aussagt und bei smackdown ähnlich ja sanity macht nix club macht nix die kolons sind gefühlt seit drei jahren mal wieder da und ansonsten new day und usos machen halt ein bisschen was aber das war es dann auch schon und von daher smackdown muss ja eigentlich gewinnen weil raw ist eigentlich nur jobber ähm und ja mehr kann man eigentlich zu dem jetzt sagen 0,0 aufbau ja die usos oder so hatten ja irgendwie ein match glaube ich gewonnen gegen new day und haben dann irgendwie die teamcaptains und haben dann gesagt oh ihr seid so toll new day ihr kommt mit ins team und letzte woche haben sie dann oder diese woche haben sie dann auch sanity rekrutiert und keine ahnung wie die kolons da reingekommen sind also was weiß ich was da wieder zusammengewichst wurde ja also ich bin auch davon kein großer fan weil die matches meistens nie so geil waren ich glaube das erste war vielleicht nicht so schlecht wo ja debar gewonnen hat das war ja noch in ordnung zumindest zum ende hin aber die letztes jahr fand ich jetzt zum beispiel nicht so gut ich habe es auch gar nicht mehr im kopf wieder irgendwie war oder gab es überhaupt letzte 1 ziemlich sicher ja das gibt es auch jedes jahr ja ja ich weiß ich meine nur womens und mensch wusste ich aber ich weiß nicht wer von dem tagteam letztes jahr gewonnen hat das weiß ich überhaupt gar nicht 2017 wow das gab es letztes echt nicht ja deswegen ich habe es gar nicht im kopf gehabt deswegen aber vorletztes jahr gab es ja das hat das hat das hat debar gewonnen das hat zusammen sheamus gewonnen das weiß ich noch das war ja auch so shitty da war ja da wurde ja glaube ich nur der direkt als erstes eliminiert ja irgendwie irgendwie sowas das hatte ich noch im kopf gehabt das war glaube ich nicht so scheiße glaube ich aber auf jeden fall von der qualität her wird sich so stark sein ich hoffe auch dass mcdonn gewinnt weil sie an sich das bessere tagteam haben und meiner meinung nach relevanter sind so von den tags her dass ich jetzt zum beispiel new day und Usus mit dazu zählen würde deswegen würde ich hier sagen dass mcdon live hier den sieg holt damit 1 zu 0 reden würde ich aber jetzt mal nachgerechnet es sind sieben matches das heißt man kann wieder so ein knappes resultat wieder mit reinbringen ja genau äh deswegen sage ich 1 zu 0 für smackdown kommen wir nun und die ja survivor sind hier usos und new day und dann geht es mit denen weiter die anderen nicht so bei smackdown number und contenders match und dann gibt es dann im nächsten paypal oder ein bar gegen irgendeinen von den beiden Ja würde ich auch sagen würde ich auch sagen so new day und usos so die soul survivors verlieren dann ich sage es einmal mein chat gable der versucht die anderthalke rolle zu machen und der wird letztendlich eliminiert Ja das klingt doch gar nicht so übel ja also wird es nicht passieren Also ist bo dallas soul survivor dann genau genau das ist warum ist ganz schön da mal halt drin dann könnte er noch soul survivor sein Der ist glaube ich gar nicht auf der kart ne ja gott sei dank ey das ist gut das ist gut für unsere gesundheit ja würde ich mal sagen kommen wir nun zum raw versus mcdonald's survivor series womans Team match und zwar Team raw mit mickey james natalya naya jax ruby wright und termina gegen team smackdown live mit asuka kamela naomi sonja de vil und Eigentlich charlotte flair aber sie wird nicht teilnehmen sondern irgendjemand anders Ja also entweder es wurde vergessen dass da jetzt noch jemand ins match muss Oder es gibt halt irgendeine überraschung was Möglich wäre aber Am ende wird es dann wahrscheinlich brie bella oder so Brie mode Hast du nicht vor zwei oder drei jahren gab es doch auch irgendein survival series match wo der nikki bella irgendwie der überraschungskandidat war Ich weiß es aber nicht mehr wann Ne das war beim summerslam Stimmt das war beim summerslam bei six man tag oder irgend so einem scheiß Genau da kamen die ja zurück Oh god auf jeden fall ja hier Willst du dazu sagen ich mein smackdown Carmella ist hat den titel verloren und hängt jetzt mit art truth rum das sagt alles aus Naomi macht nix sonja de vil macht nix seitdem sie page los sind Asuka jobbt nur noch durch die gegend und von daher gut ich mein es kommt drauf an wer natürlich steins team reinkommt Wenn was ich behaupte was ich was ich denke irgendeine mandy rose oder so da reinkommt Dann wird raw das ding locker gewinnen wenn jetzt aber aus irgendeinem grund da Shayna baszler drin steht um mal jemand krasses zu nennen dann wird natürlich smackdown gewinnen Also das ist allein vom fragezeichen hier abhängen abhängig wer das match gewinnt Ansonsten würde ich ganz klar auf raw tippen da einfach naja jackson termina im moment ja so ein bisschen gepusht werden Naja jackson vor allen dingen mit ihr mit der faust wird sie in richtung becky lynch gesicht gepusht Und ähm ja Ja dazu kommen wir ja noch dazu kommen wir ja noch zu dieser faust Äh ja ich denke auch dass raw hier gewinnen wird ähm einfach von der star power her und einfach wenn ich so sehe wie relevant die smackdown leute da sind Also in smackdown ist nur charlotte und becky lynch wirklich relevant und keiner von beiden ist auf der kart von denen also in dem team drin Ja genau kann man so viel sagen deswegen äh ganz klar team raw wird hier gewinnen So survivor naja jackson termina und eliminieren aska am ende Ja also wie gesagt dieses smackdown team ist so scheiße dass man von mir aus aska wieder ein bisschen aufbauen könnte Dass von mir aus team raw alle weg rotzt und aska dann alleine gegen fünf ist und aska dann halt nochmal zwei oder so rausschmeißt Von mir aus natalya und mickey james Ich glaube ja sowieso dass natalya und ruby wright sich so ein bisschen gegenseitig rausschmeißen da sie ja mit den Mit der brille von jim neithart da rumgemacht haben Also die werden sich wahrscheinlich gegenseitig rausnehmen mickey james ist so eine Der macht es nix wenn sie rausfliegt und wie gesagt naja jackson termina werden dann zum schluss aska weghauen und gewinnen Ja was natürlich wo ich obwohl ironischerweise letztes jahr wie gesagt haben aska wird hier nicht verlieren aska wird ganz klar hier gewinnen Äh und dieses jahr wird so sein dass aska Logisch vielleicht auch ganz schnell in zehn sekunden rausfliegen könnte Das wird auf jeden fall nicht überraschend Ja weil aska einfach nicht mehr relevant ist Ja Ja kommen wir nun zum Raw vs Smackdown 10 man tag team match mit team raw bestehend aus bobby lashley braun stroman doff sigler drew mcintyre und finn bella gegen team smagdown live mit jeff hardy ray mysterius samoa joe shane mcmahon und dimmys Beziehungsweise kurz zum stand smagdown vs raw 1 zu 1 Ja Ja hier jetzt ähm Weiß ich ob Weiß ich nicht noch ob es interessanter ist wie im letzten jahr Das letzte ist ja die erwartungen ans match im letzten jahr waren ja sehr groß da die Die paarungen also die die namen sehr geil waren also kurt engl noch mit drin triple h noch mit drin äh cena mit drin orten was weiß ich wurde dann Wurde dann Wurde dann Wurde dann im endeffekt recht shitty Weil dann halt einfach triple h und kurt engl und cena gefühlt alle eliminiert haben Mhm Und die jungen geburried wurden Ja Dieses problem wird man dieses jahr nicht so krass haben ich mein Shane mcmahon ist noch drin Bei dem wird es ein bisschen anpissen wenn er an einen oder anderen eliminiert aber die Raw seite sieht eigentlich so krass aus dass eigentlich shane mcmahon Niemand eliminieren sollte also lashle wird never ever von shane eliminiert Höchstens ziggler Weil mcintyre wird gepusht wie sau stroman wird gepusht wie sau also von denen wird niemand eliminiert Äh vielleicht Bella das würde mich nicht überraschen Und ja also ich Ich tippe hier auf raw Einfach wegen stroman und mcintyre da die einfach momentan sehr hart gepusht werden Natürlich könnte man hier auch den swerf machen und drew mcintyre und stroman Killen sich einfach gegenseitig Ähm Ja so Ich meine die story ist ja stroman Soll das match gewinnen dann kriegt er ja sein match gegen baron corbin und sein rematch gegen lesner Aber drew mcintyre könnte halt ein arschloch sein und könnte sagen oh scheiß drauf verlieren wir halt Aber ich nehme bron stroman sein titelmatch weg Und so könntest du dann irgendwie ein tlc match bringen zwischen beiden Also ein match bei tlc zwischen beiden Ähm Aber mal gucken Ich hoffe auf soul survivor drew mcintyre Der gefühlt alle fünf smackdown leute weg rotzt Und dann beim nächsten payp for brock lesner den titel abnimmt Ähm Wird nicht passieren also gewinnt shay mcintyre der beste in the world Ja shay mcintyre das beste in the world ist im winter auch Also ich weiß nicht wer hier gewinnen wird Wenn ich jetzt so von der story her sehe müsste eigentlich raw gewinnen einfach wegen drew mcintyre Und brown stroman weil die von allen leuten eigentlich am besten gepusht werden Ähm oder groß gepusht werden wenn man überlegt was mcintyre momentan letzten monaten gerissen hat Ähm das war nicht wenig und er wurde auch größtenteils auch protected Und brown stroman gut protecten ich sag jetzt nur mal crown jewel Aber den versuch mal auch relativ stark darzustellen Deswegen denke ich auch dass einer von den beiden souls survivor wird Mit dem screwjob kann ich mir auf jeden fall vorstellen Dass so ein auftrag von baron common sowas passieren könnte Ähm deswegen glaube ich auch dass hier team raw hier den sieg holen wird Und damit ja 2 zu 1 führen wird Ja Und gepinnt wird am ende Jo und ray mysterio könnte ein bisschen die ander dog rolle spielen Das kann er immer ganz gut und wird dann am ende halt weggerotzt Ähm shay mcman kann ich mir auch vorstellen Als hashtag best in the world Mal gucken mal gucken Ich denke aber stroman und mcintyre einer von beiden would soul survivor Aber definitiv denke ich dass team raw gewinnen wird 2 zu 1 Ja Gut Ähm oder willst du was zum match loswerden Ähm Ne eigentlich nicht Also smackdown so Da kann jeder locker rausfliegen Da wird jetzt keiner protected oder irgendwie sowas Aber wie gesagt halt raw Ich meine bronstrom und mcintyre werden mit abstand sind So gefühlt die einzigen in der gesamten wwe Die ein bisschen gepusht werden und protected werden Jetzt außer crown jewel ma Und von daher sollte eigentlich raw das relativ locker eintüten Ja Ich auch sagen Das Sehe ich auch so ein Gut Kommen wir nun zum Ja Zu den singles matches Beziehungsweise noch ein tag team match Das wir jetzt direkt besprechen Und zwar Raw tag team champion Gegen smackdown tag team champion AOP Aiken und Reza Gegen da bar Cesaro und Sheamus In begleitung von AOP Ist drake maverick In begleitung von da bar Ist the big show Ja genau Ich meine Rollins und Ambrose Gegen da bar wäre natürlich Ein bisschen geiler gewesen Aber Nach den NXT Matches könnte AOP Natürlich auch mit da bar Was anfangen Gegen Gegen Gagano und Ciampa Zum Beispiel Oder Revival Oder hier Fission O'Reilly Hat es ja funktioniert Und da bar ist auf jeden fall Auch in der lage Ein starkes match Gegen die AOP Zu zeigen Und von daher Denke ich Dass das recht ordentlich Werden sollte Gewinnen Ist schwierig AOP Könnt ich mir vorstellen Dass sie halt jetzt Gepusht werden müssen Weil sie halt jetzt Champs sind Und den Titel Gerade erst geholt haben Auf der anderen Seite Sind dann aber halt The bar die halt The big show Dabeistehen haben Der natürlich auch Unfair eingreifen könnte Sodass dann Die AOP Gewinnen können Aber ich würde Jetzt erstmal Auf die AOP Tippen Frische Tag Team Champions Von daher Sollten sie ihr erstes Match als Champions Eigentlich nicht verlieren Auch wenn sie Vorher scheiße Gebuckt wurden Ja was auch Interessant ist Die Konstellation Ist Heal Gegen Heal Eigentlich AOP ist Heal The bar ist Heal Ja Interessante Konstellation So ziemlich Haben wir ja nochmal später Haben wir nochmal später Genau Ja ich denke auch Dass AOP Hier gewinnen wird Den Sieg machen wird Und Gerade weil sie halt So ein bisschen Zerstörerisch Das Tag Team Und Vince steht ja so Auf Big Guys Und von daher Wird AOP Hier den Sieg machen Und damit 3 zu 1 Ja Für Raw Ja Gut Ja mehr kann ich Eigentlich zu dem Match Nicht sagen Eigentlich Ne es ist halt Es ist schwierig halt Weil kaum Aufbau Da ist Ja zu den nächsten 3 Matches Die jetzt noch kommen Kannst du eigentlich Kaum was sagen Wenn nicht Bestimmte Dinge Passiert wären Richtig Ich würde mal sagen Kommen wir Zum Machen wir erst Das Midcard Match Richtig Das wollte ich noch machen Und zwar Das Match Intercontinental Champion Gegen United States Champion Seth Rollins Gegen Shinsuke Nakamura Ja Sollte ziemlich gut werden Sollte ziemlich gut werden Ist ein First Time Ever Ist in gewisser Weise Für einige Bestimmten Rematch Für mich auch Und ja Sollte sehr gut werden Mehr kannst du dazu Jetzt sagen Wie gesagt 0,0 Aufbau Und Einfach da Raw jetzt so Viele andere Matches Sage ich mal Gewinnt Tippe ich hier auf Nakamura Für Smackdown Dean Ambrose Steht nicht auf der Card Heißt der könnte Durch irgendeine Sache Eingreifen Und Rollins dann Das Match kosten Ich denke auch Dass da Ja vom Aufbau her Eigentlich nicht gut Wenn man die Matchpaarung sieht Könnte es eigentlich Ganz gut werden Ich bin mal gespannt Wie das wird Letztendlich Und Ja Schwierig Schwierig Ich sage jetzt einfach Nakamura gewinnt Weil Ambrose eingreift Ja Ja Mehr kann ich auch Das so sagen Weil einfach Kein Aufbau Bei dem Match war Ja Ich würde mal sagen Was sollen wir zuerst machen Machen wir zuerst die Männer Okay Universal Champion Gegen WWE Champion Brock Lesnar Der Universal Champion Der es auch letztes Jahr war Bei dem WWE Champion Versus Universal Champion Gegen Daniel Bryan Dem WWE Champion Denn Er hat die einjährige Regentschaft Von AJ Styles Beendet Bei Smackdown Bei Smackdown Ja Eine Woche vor Das war was Hat man sich mal gedacht Ja komm Matches sind eh egal Wir ändern einfach mal alles ab Und deshalb hat Daniel Bryan Den Titel sich geholt Nachdem er Heel geturnt ist Fragezeichen Ausrufezeichen Klammer auf Klammer zu Äh Ja Ist er jetzt Heel Ist es jetzt hier Heel gegen Heel Ich denke mal Bryan wird ja Bejubelt werden Aber Eigentlich ist er Heel Nachdem er ja AJ per Low Blow Den Titel Weggenommen hat AJ ist jetzt gar nicht Auf der Card Also Keine Ahnung Was der jetzt treibt Ich habe ja erst Auf eine Verletzung getippt Aber das ist es ja Anscheinend auch nicht Ähm Daniel Bryan hat jetzt einfach Den Titel Keiner weiß warum Gerüchte sind Dass AJ nicht im zweiten Jahr Hintereinander gegen Brock Lesnar Federn muss Was aber Bullshit ist Eigentlich Weil Es ist Brock Lesnar Und Hätten die ein geiles Match gehabt Wie im letzten Jahr Und Styles hätte dann verloren Dann Fuck it Ich meine es ist Brock Lesnar Und keiner wird darüber reden Dass Brock Lesnar gewonnen hat Sondern dass es halt ein geiles Match war So wie letztes Jahr Genau Und jetzt ist halt Daniel Bryan hier drin Ist natürlich auch ein Dream Match Ist eine geile Ansetzung Ist ein Match Was Bryan so gefühlt Seit vier Jahren haben wollte War ja das eigentliche SummerSlam 2014 Match Was ja dann Cena wurde Also Bryan hätte quasi In der Cena Rolle sein sollen Und hätte gekillt werden sollen Also vielleicht kriegen wir das Dann ja am Sonntag Ich glaube es nicht Ich glaube es wird so Wie im letzten Jahr Es wird relativ ausgeglichen Und ich hoffe Dass Bryan Wenn es geht Nur ein Germ Suplex kriegt Ich meine es könnte man ja perfekt In eine Match Story einbauen Jeder weiß Dass Daniel Bryan Nackenprobleme hat Also versuchst du Mit Lesnar die ganze Zeit Dass er einen Germ durchkriegt Aber Bryan weischt halt Allen aus Und dann halt beim Finish Kriegt er einen durch Gibt ihm den F5 Und besinkt ihn dann halt Das könnte man ja so aufbauen Aber naja Mal gucken Eigentlich Wenn jetzt jemand Deal geturnt ist Würde ich sagen Ja der muss sein erstes Match Eigentlich gewinnen dann Gegen Lesnar wird dies aber Wahrscheinlich nicht passieren Es sei denn Drew McIntyre Oder Braun Strowman Schauen vorbei Was nicht unmöglich ist Aber im Endeffekt Denke ich doch Dass Brock Lesnar Hier das Match Gewinnen wird Ja denke ich auch Ich sag mal Bryan Also AJ gegen Lesnar Hätte ich gerne gesehen Weil das eigentlich Ein ziemlich gutes Match war Letztes Jahr Eines der besten Match Des Jahres Und ja Interessant auf jeden Fall Dass man Bryan Gegen Lesnar wieder bringt Warum Bryan auch immer Champion wurde Kann man halten Was man will Weil Ja Das kam Relativ random Als ich das Am Mittwoch geguckt habe Wo ich dachte nur so Hä Bryan ist Champion Wie jetzt Das war für mich Irgendwie in dem Moment so Bin ich im falschen Film Also Es war schon Sehr komisch Und Ja Ich denke mal Ich hoffe Dass Bryan da Überlebt Weil Wie gesagt Mit den Nacken Problemen Könnte es sehr Sehr schwierig werden Aber Ich wünsche mir Bryan als Sieger Aber es wird wahrscheinlich Lesnar Wo stehen wir denn jetzt 5 5 1 Oder so Äh Ich glaube 4 2 4 2 Glaube ich Also haben wir auf jeden Fall Schon mal was falsch getippt Weil die werden Never ever Mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung Ins finale Match gehen Ne 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 Niemals Also Ähm Gut Wir haben es jetzt auch nicht so Gemacht Wie die WWE jetzt Von der Karte her Booken würde Weil sie jetzt nicht so Machen werden Wie wir es machen Weil sie jetzt nicht direkt 3 Tag Team Matches Auf einmal bringen Obwohl es Vorstellbar ist Aber ich Ja Wie gesagt Das Match kann Sehr sehr gut werden Ich hoffe Bryan überlebt dieses Match Und ja Ich hoffe auf Bryan Aber es wird Lesnar Gut Dann kommt der Main Event Fragezeichen Fragezeichen Ausrufezeichen Eigentlich soll es ja Raw Women's Champion gegen SmackDown Women's Champion sein Ja Nicht ganz Denn eigentlich sollte es Ronda Rousey Gegen Becky Lynch geben Aber es gibt Ronda Rousey Raw Women's Champion Es gegen Charlotte Flair Okay Der Grund Warum ich es vielleicht Sogar gut finde Dass Becky Lynch Hier ersetzt wurde Durch Charlotte Ist ganz einfach Dass Becky Lynch Hot bleiben kann Und hier einfach nicht Gegen Ronda Rousey Verliert Weil Becky Lynch Hat sich jetzt quasi Verabschiedet Für eine kurze Zeit An einem Moment Wo sie so over war Wie gefühlt Kein anderer in der WWE Noch nie glaube ich So gefühlt ja Wo sie halt einfach Die blutige Nase hat Und da dann post Und das war Absolut göttlich Und das ist so Der hotteste Moment Ihrer Karriere gewesen Sie war gefühlt Für den Abend Für den Moment Der hotteste Star The man Der hotteste man Im ganzen Roster Und deshalb Ist es ganz gut Weil da muss sie jetzt Hier nicht das Match Gegen Rousey Verlieren Und kann halt Konstant bleiben Und wenn sie dann Wieder da ist Wird sie dann auch Direkt schöne Pops Kassieren Weil sie halt einfach Wieder returnt Wie lange auch immer Sie ausfällt Sie könnte nächste Woche Bei SmackDown Ja schon wieder da sein Und ja Ich mein Charles Halt gegen Ronda Rousey Die ist ebenso Ist eine coole Dann fängt sie dann Event werden Ronda Rousey Und Shayna Baszler Viele Möglichkeiten Teufel blutet die auf einmal Das wäre auf jeden Fall Man muss da ein bisschen Sie bleibt halt dabei Und sie bleibt halt dabei Und ist weiterhin Badass Heal Und ich finde sie einfach Momentan echt Super Also sie ist wirklich Für mich Die beste Woman's Wrestling aktuell Vom Komplettpaket her Gefällt mir richtig richtig gut Und Ronda Rousey Gegen Charlotte Flair Kann ganz gut werden Ich bin mal gespannt Was sie so zeigen werden Wir haben jetzt 4-2 getippt Ne Momentan Ja also jetzt 5-2 Theoretisch Theoretisch 5-2 Obwohl Das nicht so Was sollen die denn Umswitchen Ja ich mein Also Gut Die Smackdown Frauen Könnten gewinnen Vielleicht wird Nia Jax Ein bisschen bestraft Dafür Dass sie hier Die Fresse gehauen hat Okay da könnte noch Ein Punkt Dann Smackdown gehen Dann wird es Wie will ich stehen 5-3 Ne Ne 4-3 4-3 Dann könnte es passen Dann könnte es passen Obwohl ich auch wieder denke Gewinnt Raw zum dritten Mal Hintereinander Die Survivor Series Weil sie haben 2016 haben sie Gewonnen Mit 2-1 In den Tag Teams Letztes Jahr haben sie 4-3 gewonnen Und dieses Jahr wieder Gut könnte natürlich passieren Aber das war jetzt Nur mal eine Überlegung Könnte natürlich Das entscheidende Match sein Könnte ich mir vorstellen Ronda Rousey Gegen Charlotte Flair Aber ich glaube Man lässt Ronda Rousey Hier gewinnen Ja definitiv Also ich glaube nicht Dass Charlotte gewinnt Also Ronda Rousey Ist für mich Das einzige am Abend Was zu 1000% Fest steht Selbst Brock Lesnar Steht nicht 100% fest Finde ich jetzt persönlich Aber Ronda Rousey Steht zu 1000% Ja ich glaube auch Dass Ronda Rousey Eher gewinnen wird Als verlieren wird Also ich kann es mir Entforschen Dass sie jetzt wirklich Weil sie wurde ja Bisher noch gar nicht besiegt Und ich sag mal Ein großer Moment Wäre natürlich Wenn zum Beispiel Becky Lynch Sie besiegt Bei Wrestlemania Im Main Event Das wäre wirklich Was Großes Was dann auch Medienweit auch Für Wellen schlagen werden Als jetzt hier Bei der Survivor Series Zum Beispiel Ähm Von daher denke ich Dass Charlotte hier Verlieren wird Ja Ja aber ich freue mich Auf das Match Tatsächlich trotzdem Also auch wenn Becky Lynch Nicht das Match kriegt Aber ich denke Charlotte ist Kein schlechter Ersatz Auf jeden Fall ja Obwohl ich sag auch Das Segment war Ein bisschen komisch Also Ähm So vom Lesen Hört sich das gar nicht So schlecht Aber als ich gesehen Hat die so umarmen Denke ich mir auch noch so Man könnte es jetzt so Verkaufen dass sie sagen Sie hasst Charlotte nicht Sie wollte einfach Nur den Respekt haben Aber Ja Da ist irgendwo Auslegungssache Ich sag mal Ich finde es jetzt Nicht schlimm Dass man es gemacht hat Aber hat jetzt Nicht so ganz gepasst Ja Ja Das war es zur Card Das war die Preview So ziemlich Willst du noch was loswerden Abschließend Ähm Ne Ja Ich auch nicht mehr groß Ich hoffe es wird ein guter Pay-Per-View Und Gucken wir mal Ob wir am Montag Bei der Review Wir werden ja zur NXT Takeover Eine Review machen Als auch zu der Survivor Series Dass ihr Zumindest bei Beiden Shows Zufrieden sein könnt Ja Auf jeden Da würde ich sagen Schreibt eure Meinung in die Kommentare Schreibt eure Preview gerne in die Kommentare Dann würde ich sagen Bis nächstes Mal Hau rein Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.